Zum Thema Überwinterung der Tossei. Wir sind hier gerade dabei eine neue Anlage zu bauen für die Überwinterung der 16 Monate alten frischen Nissei und zwar der richtig großen frischen Nissei. Hochwertige Tiere, durchaus sehr hochwertige Tiere. Bei diesen Fischen bieten wir euch dann an die Tiere bis nächstes Jahr Mai hierzu zu überwintern, großzuziehen. Wir bieten die Tiere mit Zertifikat an. Allerdings machen wir natürlich das Foto für das Zertifikat und die Größenbeschreibung machen wir erst in dem Moment, wenn wir die Fische dann an euch im Mai rausschicken, damit ihr wirklich ein Zertifikat habt. Fisch ist so und so groß, hat die Anlage im Mai 2020 verlassen und das alles werdet ihr auch im Text der Auktionen wiederfinden und wenn ihr andere Fische ersteigert, schaut doch bitte oben im Auktionstext nach. Da beschreiben wir eigentlich immer, zu welchen Konditionen die Fische zur Verzeigerung, zur Auktion stehen, ob ihr die Fische schnell übernehmen müsst, ob wir die Fische überwintern, ob ein Zertifikat aussteht und so weiter.